. Es ist mal wieder so weit mit einer Thomas-Challenge. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt, wie man unschwer erkennen kann. Wir spielen Fußball-Darts. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Wir spielen von 301 abwärts. Nicht mit Doppel-Aus, sondern man muss genau die richtige Punktzahl ausschießen. Aber man darf auch über Single-Felder gehen. Der Sieger ist, wer auf die Null kommt, wer beginnt. Wer Heimrecht hat, das werden wir ausschnicken. Schnick-Schnack-Schnuck bis 3 ohne Brunnen. Gewinner beginnt. Warte, warte, warte. Ich muss ein bisschen Unterarm zeigen. Da bin ich stark. Ja! Das ist nicht gut. Der Muld ist zwar ein Anfänger, aber der soll trotzdem nicht den ersten Schuss haben. Drei Schüsse immer, oder? Drei Schüsse, ja. Drei Schüsse, ja. Drei Schüsse, ja. Drei Schüsse, ja. Achso. Den würde ich als Durchschnittswert für meine Schüsse nehmen. Ja, die Ripple 12, die ist immer gern genommen. 54. Hast du insgesamt nicht dreimal 12, 54. Gehen wir mal aufs Pulse-Ei. Ja, Ripple 18! Warum sage ich? Der schießt irgendwo ins Nirvana und trifft. Warum mache ich das erste Mal eine Ansage? 56, 54, 50, 108 im ersten Durchgang. Da sind wir schnell durch. Oh, war der sauber. Ja, okay, der ist wirklich gut. Dann gehen wir jetzt auf die Triple 20 Müller Style und dann treffe ich die Doppel 2. Oh ja, Mats, du machst bisher eine bessere Figur. Ich habe weniger Punkte, aber mach die bessere Figur. Als du eine Figur hast. Ja, das ist doch die Triple 1. Haben wir einen Regelhüter? Ich würde auch Triple 1 sagen, leider. Boah, aber der ist schon ärgerlich. Aber der tut weh. Der ist ärgerlich. Aber ein gutes Niveau. Ja, wirklich. Zumindest das, was wir spielen, nicht das, was wir reden. Bei dir war es auf jeden Fall gewollt. Du hast halt auf die Scheibe geworfen. Ja, das ist eine einfache Fünf, die tut gut. Oh ja. Ich habe einen leichten Linkstrahl. Lass das Blatt ein bisschen aufmachen. Oh, das ist eine souveräne 19 insgesamt. Und schon bin ich wieder ganz weit vorne dabei. So, dann gehen wir wieder mit dem geraden, unterschnittenen Ball auf die mittigen Felder. Mit dem bellen kannst du den echt gut. Eine Sekunde gebraucht und dann kam es an. Oh, was ist das denn? Eine 20. Eine 20. Der kam von rechts. Der ist am Draht abgeprallt. Ja, schon. Der kam ja von... Oh nein. Oh, Glück gehabt. Den habe ich nicht getroffen, aber er ist gut. Wieso soll er nicht auch mal Glück haben? Dann haben wir eine 54, 74, 86. Ein Triple 19. Oh, der war nicht schlecht. Den lege ich jetzt einfach oben drauf. Oh! Bisschen hektisch vielleicht. Okay. Zwei gute und einen ganz schwachen. 142 habe ich. Das heißt einfach... Brauchen wir. Triple 14, Triple 20, Doppel 20. Fertig das Ding. Eins. Ja, dann müssen wir jetzt doch wieder runterarbeiten. 18, aber nicht ganz so sauber. Dann müssen wir mal wieder in die Mitte kommen. Ne. Oh. Oh, hey. Aber der fliegt gut. 19 habe ich gut drin. Jetzt hast du deine Schusstechnik entdeckt für das Spiel. Ja. Ah! Der war auf Kurs bis er am Ende... Aber den Score nehme ich immer mit. Das war kontrolliert, das war... So, 83. Dann machen wir... 13, 20 Bullseye, oder? Das klingt doch nach einem schönen, feinen Ende. Ist aber auf jeden Fall ein super Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Mit Freunden wird das richtig Spaß machen. Und selbst mit dem Thomas ist ganz okay. Hehehe. So, wünsch dir viel Glück. Ja, eine clevere Triple 13. Der sollte in die einfache 13. Durch meinen ersten Glücksschuss... Ich wollte ja in die einfache 13. Dann muss ich nur kurz verrechnen. 39 runter, dann sind wir noch bei 44. Ja. 44. Ja. 44. Was machen wir denn da? Triple 8. Oh, der war nix. Sind wir noch bei 37. Nein! Wo stehst du? Bei 82. Dann hätte ich noch 25, dann... Dann kannst du ja schon mit zwei ausmachen, ne? Dann mach ich einfach das Single Bull. Das ist ja ganz easy. Das ist ja ganz easy. Sieben. 75. Bull, Single Bull. Jetzt hat er es. Bullseye! Da hab ich einen Matchstart! Single Bull, die ist groß. Der grüne Rand ist sehr groß. Das Ende war Weltklasse. Bullseye und... Single Bullseye. Single Bull! Oh! Das sind begrenzt! Philipp were wir nach Gab!